Herzlich willkommen meine Freunde zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit natürlich auch zu einem neuen Stadionvlog. Wir haben es jetzt gerade 4.53 Uhr und was heißt das, wenn ein Fußballfan um diese Zeit wach ist? Natürlich, es geht auswärts heute zum 1. FC Kaiserslautern. Ich war noch nie auf dem Betzenberg, ich bin total gehypt. Ey, so eine geile Scheiße, Mann. Wir nehmen euch heute auf jeden Fall mit auf die ungefähr viereinhalbstündige Fahrt. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja, und dann würde ich sagen, let's go, Mann. Geil! Ja, heute auswärts in Kaiserslautern. Ich denke mal, jedem Armin dürfte klar sein, dass das keine leichte Aufgabe wird. Gerade weil sie letzte Woche sich richtig Selbstvertrauen geholt haben durch das späte 3 zu 3 in Nürnberg. Die Konkurrenz hat gestern leider auch nicht so wirklich mitgespielt. Nürnberg gut Punkte, Magdeburg gewonnen. Übrigens Glückwunsch natürlich. Magdeburg ist ein Klassenerhalt, dicken, dicken Respekt. Und Rostock hat in Sandhausen gewonnen. Heißt, wenn Arminia dieses Spiel heute verliert, haben wir 5 Punkte Rückstand auf einem Nicht-Abschiegsplatz. Heißt auch, dass wir in den letzten Spieltag auf Relegationsplatz 16 höchstens sein werden. Also das wird richtig, richtig schwierig. Darum drei Punkte müssen auf jeden Fall heute sein. Und ich hoffe mal, dass wir da richtig Stimmung machen und die Jungs das auch so annehmen und da ihr Herz auf jeden Fall auf dem Platz lassen. Bitte, 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 Fußballgott bleibt bei uns heute. Und natürlich bin ich heute wieder mal nicht alleine unterwegs. Mit dabei ist natürlich wieder Tabea. Hi. Dein Tipp für heute? Schwer. Schwer? Schwer. Ich habe getippt, dass wir verlieren. Aber wir können auch gewinnen. Ja, wir können alles. Also ich habe ganz optimistisch einfach mal auf ein 1-1 getippt, auch wenn uns das überhaupt nicht weiterbringt. Aber ja, ist so wie es ist, ne? Wir müssen ja am besten draus machen. 2000 Armin ungefähr heute geschätzt dabei. Boah, es wird wohl nicht so eine geile Stimmung. Let's go. Wir haben noch ungefähr anderthalb Stunden, bis da kein Klautal und dann sind wir da. Betzenberg, Mann. Geil. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann! Ich bin der Mann, ich bin der Mann!